Am Highway beim ÖV-Markt Heiho, heiho, wir sind vergnügt und froh Heiho, 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 heiho Der Jukla-Deader, mitten auf der Straße Vendid State Kriegen wir das hin bis oben? Loli ist in der Stadt Fällt mir auch gerade offen Loli Kenne ich Oh nein, wir haben wieder Funkboppel Ja Frustdonut Oh Gott Verstehe ich nicht Ich auch nicht da bin, aber danke, dass du so schnell gekommen bist Wir sind ja nicht hier. Nur Dörpen ist hier. Du auch, Marina. Nee, kannst mich am Arsch lecken. Ja, machen wir heute Abend. Niemals. Jetzt nicht mehr. Sonst hätte ich ja gesagt. Meine Fresse, Alter. Was hast du da unten gemacht? Ja, keine Ahnung. Das ist eine komplette Katakombe da unten. Sir, was ist das denn hier? Ja, keine Ahnung. Ich bin doch nicht runtergegangen. Ja, warum denn nicht? Sie arbeiten doch hier. Was? Auch lauter Spinnenweben da unten, Alter. Ich hab kein Bargeld. Wir finden hier kein Automaten mehr. Was hat denn der überhaupt für eine Stimme? Sir, rauchen Sie viel? Das könnte ich einen Scheißdreck an, Bulle. Was? Hallo? Beruhigen Sie sich mal. Übrigens, Sie haben da einen großen Fan. Ja, lustig, du Spasti. Ey, Mann. Ich hab einfach mal random aus dem O-Rot gebohrt, Herr Springer, was machen Sie da? Und der so, ja, woher wissen Sie denn meinen Namen? Jetzt haben wir ihn. Ja, Quatsch, der Spiegel, der fährt ja vor uns. Licht ab Richtung Süden, in die Beinwurz rein. Na, klasse. Vielleicht fährt er in den G-Statt den C-10. Juhuuu! Wuuu! Obtel ist laut. Also rechts. Ja, hat Luft. Wir sind hier hochgekommen. Bei der K-Uberführung und Unterführung haben wir den Motorradfahrer von L-C-10 eben wiedergefunden. Jetzt unterwegs in Richtung Klausheit. Krass, wo wir nach rechts sind aus der Stadt. Fast schon. Das war klar. Sehr gut. Man, eh. Ist jetzt südlich vom Wurz-Strauss Richtung Ost unterwegs. Derp, normal. Und jetzt geb ihn. Wieder durch Süden abgewogen. Die Seitengast des Hensichtkontakt. Ach ja, komm. Warte mal. Alter, deren Leitstelle ist halt einfach... Also das geht doch nicht. Die können doch nicht einfach... Schönen guten Abend, Sheriff Derpen hier. Und warum haben wir dann stillen Alarm von der Tankstelle bekommen? Ja, das können Sie dem schwarzen Fahrzeug gerne mal fragen, was vor uns weggefahren ist. 10-30, wo sich Putschi-Code für die Unit 4 oder 1. Ehrlich jetzt? Ja. Sehen Sie... Gucken Sie mal gerade ganz kurz hinter mich. Ja. So. Wollen Sie es nochmal probieren? Das war ein schwarzes Auto. Digger, komm, nimm mich fest. Ich war's, Alter. Kein Bock mehr. Bevor sie gleich aus den Zähnen gehen, soll ich denn noch so was böses sagen wie, sie werden schon sehen und dann so ein böses Lachen? Das kann ich besser wetten. Sicher? Ja, machen sie mal ihr bestes böses Lachen. Sie werden mich schon sehen. Soll ich dir mal meins zeigen? Ja, ist gut, sorry. 1-0 für uns, ne 2-0 mittlerweile. Wie gut das auch mit dem Drop gepasst hat ey. Ja, es folgt Fragen wegen, ob ich auch eventuell eine Genehmigung bekomme, auch Leute, die unerlaubt auf Junkie Park kommen, auch wegzuknattern. Darf ich? Nein. Egal, ich knatter eh nicht gerne. Die Zeiten sind vorbei, ich bin in Rente. Aha. Haben sie früher viel geknattert? Lassen sie nicht über meine Vergangenheit reden. Haben sie mal einen Ausweis für mich? Die haben ein Auto. Weißt du was? Wir rennen jetzt immer nach Norden. Da lang. Und los. Oh. Oh. Ja gut. Hallo. Ey, nicht einfach abhauen. Nein. Ja, kannst ja nichts kommunizieren, geht ja nicht. Kriegst Katzen. Ja. Wirklich. Ja, wir haben jetzt 5 Leute verloren. Das kann doch nicht sein. Wieso machen wir denen da nichts? Achso. Alter, what the fuck. Dankeschön, Fusselbiets. Zeig dich aus. Ich komme. Fehl der Pi. Treffer. Hoi. Hoi. Easy. Hoi. Oh man, mein Gott. Hoi. Mal gewollt. Hoi. Oh ja, schöne Katze. Das wäre so lustig gewesen, wenn es jetzt angewiesen wäre. Hä, als ob er das gerochen hat. Als ob er das gerochen hat. Hä? Raus aus meinem Stream, du Vogel. Wenn wir die 13 gefahren wären, hätten wir uns immer als Wilde 13 gemeldet. Ist hier neben noch einer reingekommen, dann machen wir mal loki loki. Sie, der Herr mit dem hellen Pullover, Sie wollen übersprechen. Ja. 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 Sir, können Sie sich vielleicht vorstellen, warum wir gerade Sie ansprechen? Kann ich aber gerade aus dem Laden gekommen sind und der Typ da eine Meldung gegeben hat? Ja, lustig. Kann ich mir aber eigentlich nicht erklären. Jetzt willst du schon so loslassen. Das hast du selber zu lachen. Ich habe mir das echt geguckt, wenn ich einfach gerade mir was zu trinken gekauft hatte. Na, abend, die Damen. Warten Sie mal, die haben hier so eine Klingel. Was? Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Hm. Schönen Abend noch. Bitte, was? Was? Bitte? Wie Twinkie und meine Sexlocke. Achso. So wie der Sexgong bei Scrubs oder was? Was ist das? Kennen Sie das nicht? Nein, ich gucke ein RTL. Okay. Die Mutter riecht nach Kochsalze. Ja, und? Das ist eine begabte Köchin. Und jetzt? Hm. Ja, der kann nichts gegen sagen. Muss ich sie gut kochen, so. Törn mich an. Wenn ich ehrlich bin, so. Für mich hat sie noch nie gekocht. Weißt du, was mich bei deiner antörnt? Welche von den beiden? Die mit den drei Möpse oder mit den zwei Schwänzen? Dann musst du jetzt eine ausfüllen. Ich mit deiner Mutter schlafe, denke ich immer nur an dich. Die ist auch zu hart, oder? Ja, erzähl mir mal deine Wortwahl. Nur weil du bei Dörpen in den Schnapp guckst, der kann ja auch nichts dafür. Nee, hat er eben nicht. Ja, aber will er ja anscheinend, wenn er sagt, es kriegt so und so groß. Keine Ahnung. Wenn er die ganze Zeit damit angibt, dann kann das doch nicht sein. Was denn für angeben? Wenn du über meinen Penis redest, dann sei ich dir halt auch wahrheitsgetreu, was los ist. Erstens hast du angefangen, weil du hast gesagt, guck mal, die Beule in der Hose ist keine Socke. Mach sie hier so voll auf dicken Magger. Ja. Ja, und tschüss. Ja, und tschüss. Ja, und tschüss. Ja, und tschüss. Dann, wenn sie weg. Bleib stehen, du Lippel. Bleib stehen! Bleib stehen, sonst muss ich sie tasern. Bleib stehen! Bleib stehen! Boing! Dagegen! Hey, das ist unfair! Nein! Au! Au! Was denn? Bleib zu stehen! Ja, in den Ölfiltern. Los, bleib stehen! Du Lüppel! Bleib stehen, du hast keine Chance! Doch, ihr könnt mich mal treffen! Hallo! Lass mich in Ruhe an! Die Kollegen versuchen gerade zu tasern Treffen. Der war jetzt unter dem. 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 Hallo! Hallo! Hallo, wer ist Bär da? Das war auch die Familie, die hier rumlägt. Wow! Okay, nehmen wir dich mit. Nein, nein! Wer ist denn da drin? Hallo! Oh, hi! Hallo, ich bin der Remington. Hallo! Kann der mich zum EMS bringen? Okay, wir kommen dann nochmal vorbei gleich bei euch. Oh, ach so seid ihr schon zu... Wir sind schon zu viert. Wir ziehen raus. Raus mit dir, du keiner. Ich was zum EMS! Ach du Scheiße! Welche Feuer hast du das? Ach was? Wer hasst dich denn? Ja. 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 Ja.